Musik Hi, ich bin's wieder, Jörg Dahlmann, Sportreporter, früher mal ZDF, Sat.1 und zuletzt bei Sky. Diesmal geht es nicht um Fußball, sondern EMS-Training und ich möchte von Elena, unserem spanischen Model, und auch von Johannes, dem Projektleiter, kann man sagen, von Vision Body. Und du kannst uns mal erklären, wie das in der Praxis funktioniert. Also es ist eigentlich ziemlich easy. Wir haben so eine minimale Box, die auch fast kleiner ist eigentlich als ein gewöhnliches iPhone. Und diese Box wird einfach hier vorne an dem Anzug befestigt. Ist auch magnetisch, also sobald man in einen Raum kommt, wird es drangeklickert. Und dann verbindet man sozusagen nur noch die App mit der Box und stellt das Trainingsprogramm ein. Ach, das ist ja toll. Und das heißt also, man kann selbst, wenn sie jetzt unterwegs ist irgendwo, im Freien oder auch in einem Studio, kann sie selbst das steuern und immer wieder verändern? Genau, richtig. Wir sind ja jetzt auch gerade hier am Strand. Also das ist auch ein super Ort, um Training zu machen. Macht ja auch Laune. Und im Grunde kann sie jetzt loslegen. Sie braucht kein Internet. Einfach alles, was man braucht, so eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Telefon und der Box. Und dann kann es losgehen. Und vor allem wunderbar kabellos, nicht so mit diesen Kabeln, wo man dann irgendwo gefangen quasi ist, oder? Ja, da können Sie hier nicht trainieren. Also das ist halt das Tolle daran. Man kann auch in der freien Luft einfach sein Training machen. Klasse. Mehr Informationen gibt es unter vision-body.com